Soll ich Freunde sagen? Nein Hey Freunde, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier bei mir Heute, wie ihr seht, habe ich wieder meine Schwester Nicht kleine Schwester, große Schwester So Freunde, heute haben wir was mega mega cooles vor Und zwar wie ihr schon am Titel lesen könnt Sie wird mich heute... Schminken Zeig mal was du da hast, ich kenn mich damit gar nicht aus Freunde Ich glaube ihr seht das was das ist Das ist so schminkend Wenn ihr im Hintergrund bisschen paar Geräusche hört Dann bitte entschuldigt uns Freunde Ihr wisst ja selber, ich habe noch mit ihr Zwei andere kleine Geschwister Und noch einen Bruder Vielleicht bisschen laut oder schreiend im Hintergrund rum Deswegen, mein Vater telefoniert auch gerade Deswegen Freunde Wir bitten um Entschuldigung, wenn ihr was hört Aber auf jeden Fall haben wir heute was geiles vor Sie wird mich schminken, wir haben jetzt hier Viele, viele Sachen, ich weiß nicht was das alles ist Und... Ja, wer recht Ja, letztes Mal ist ja das Video mit meiner Schwester auch mega cool angekommen Deswegen denken wir einfach, dass wir mehr Videos zusammen machen oder nicht? Okay, würde ich sagen Fangen wir einfach direkt an Ich kenn mich damit gar nicht aus Du schminkst mich jetzt einfach und dann gucken wir am Ende wie es aussieht Ich darf die ganze Zeit nicht sehen wie es aussieht Da ist die Schminke Genau, wir haben jetzt hier so einen Spiegel Dann guck ich mich selber am Ende an Entweder erschrecke ich mich oder ich find's ganz gut Meine kleine Schwester ist jetzt sechs Jahre alt Ja Und sie kennt sich auch schon mega mit Schminke aus Ich weiß, in dem Alter schminkt man ja sich noch nicht und so weiter Aber wir Araber wisst ihr ja selber, wir kennen uns unnormal gut aus wenn es um Schminke geht Und deswegen hat sie auch schon ein bisschen was beigebracht bekommen Und ich würde sagen, sie schminken jetzt einfach Let's go Micky? Ich darf nicht gucken, du musst machen Okay Hast du schon angefangen? Nein, nicht gucken Okay, ich guck nicht, ich guck nicht Das ist jetzt, was ist das? Für die Haut, ne? Ja, für die Haut Okay, okay, okay Okay, gut Perfekt Okay, gut Perfekt So, jetzt das nächste, ne? Ja Das haben wir jetzt schon mal Ich seh es nicht, Freunde Ich seh nicht, was sie gemacht hat Aber mach einfach mal weiter Es fühlt sich auf jeden Fall komisch an, muss ich sagen Okay, weiter, weiter, weiter Was ist das? Das ist doch für die Augen Geht das auf? Geht auf Wie? So, warte Das ist von hier Oh, du hast es hinbekommen Das ist für die Augen jetzt, dieses Dings? Ja, blau Okay, mach mal Ich lass die ganze Zeit meine Augen hinzu, ne? Du machst grad so Farbe über mein Auge, oder wie? Ich mach es so schön Okay, gut Also wie gesagt, ich seh nicht, was sie macht Ich hab richtig geschaut, wie es ganz, ganz am Ende aussieht Okay, mach Auge auf Geht alles, ja, ne? Ich muss sagen, das brennt bisschen, ne? Aber egal, ich hab noch nichts gesehen, mal gucken Okay, weiter Was kommt jetzt? Glöckensteck Okay Da Okay Soll ich so machen, oder wie? Na A Aber lachst du? Sieht lustig aus? Nein Du legst Nein, es sieht schön aus, deswegen lach ich Okay, okay, weiter Okay Ist das schon richtig rot jetzt? Ja Okay, weil du hast richtig locker gedrückt, mal gucken Ich kenn mich ja damit nicht aus, deswegen Mach Auge zu Was ist das jetzt? Eyeliner Was ist das denn? Was ist das denn? Die gehen los Nee, ich kenn das nicht Nee, ich kenn das nicht Okay, mach Auge auf Warum lachst du? Gibt's noch was? Ja, ne? Nein Hast du? Bist du fertig? Mhm Okay, setz dich erstmal neben mir Erstmal neben mir sitzen Okay, Freunde, sie ist jetzt fertig Ich sehe leider noch nicht, was sie gemacht hat Ich guck jetzt einfach mal in den Spiegel Ja Willst du mir den geben? Ich hab Angst Aber schwarz ist nicht Schwarz Wie sieht das aus, Bruder? Nein, Digga Was hat sie gemacht? Ja, ich hab aus Versehen diese schwarze Jule Das ist Mhm Aber gut aus Ja Das ist richtig blau, oh mein Gott, Freunde Okay, meine Freunde Meine kleine Schwester hat mich jetzt geschminkt Sieht doch eigentlich ganz lustig aus Ähm, das blaue ist echt extrem Sieht man unnormal Okay, würde ich sagen Siehst so schick aus Ja, siehst so schick aus, oh Sieht ja echt so wie ein Mädchen Siehst du aus wie ein Mädchen? Ja Wenn ich das jetzt Baba zeige Dann würde ich mich kaputt schlagen Mach schnell, weil ich damit das auch nicht seht So, Freunde Das war das Video mit meiner kleinen Schwester Auf jeden Fall, ähm War mega lustig Schreib mal unten in die Kommentare rein Was ihr besser findet Mich normal Oder mit Schminke Was findest du besser? Mich mit Schminke oder normal? Normal So, Freunde Das war das Video, wie mich meine Schwester geschminkt hat Wenn ihr eine Revanche wollt Das heißt, wie ich meine kleine Schwester schminke Dann lasst jetzt auf jeden Fall Wie viel Likes? 100? Ja, 100 100 ist gut, Freunde 100 ist gut Lasst auf jeden Fall 100 Likes da Dann kommt die Revanche nämlich bei mir zu Hause gegen meine Schwester Dann werde ich sie schminken Ja, ja, ja Dann schminke ich nämlich meine kleine Schwester Und es wird mega, mega lustig Und ich würde sagen Wir sehen uns im nächsten Video Ne? Wieder? Ja Wir werden wieder irgendeine Challenge oder sowas zusammen machen Schreibt doch unten gerne in die Kommentare rein Was ihr mit meiner kleinen Schwester sehen wollt zusammen Irgendwelche Challenges, Pranks, keine Ahnung, irgendwas Schreibt es einfach unten in die Kommentare Und ich würde sagen Tanzen, genau Ey, wir können tanzen machen irgendwie So 5 Arten von Tänzern Und dann irgendwie indisch, russisch, keine Ahnung Können wir auf jeden Fall mal machen Und ich würde sagen, haut rein Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao